Somit ist die Erde frei, aber die Wurzen werden mit einer kleinen Bagger rausgenommen. Dann ist die Erde ganz komplett befreit. Da sind Leiharbeiter von Staat oder von Förster. Da sind hunderte von Menschen, die Terrassen anlegen. Somit sind die Flächen bereit zum aufforsten. Sage ich ja, irgendwelche Leute, besonders die Pharmaindustrie, möchten es nicht, dass diese Menschen hier existieren.